Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fortnite Battle Royale. In der letzten Minute bin ich ziemlich unglücklich gestorben. Ich hätte vielleicht eher gehen sollen, aber ich hätte kein Glück gehabt. Ich hoffe, heute läuft es besser. Ihr wisst, wenn ich sterbe, es tut mir leider nicht. So, dann springen wir raus. Gut, springen wir. Aber wir gehen nach oben, würde ich sagen. Ich werde bestimmt schnell sterben. Genau. Ich werde bestimmt schnell sterben. Das kommt schon. Das kommt schon. Boah, was ist denn das? Alter, ein Schuss. Ein Schuss. Euer Ernst? Ah, das fahrs schon ein bisserl, ja. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen, aber so wie es aussieht, sterben sie alle gerade wie wir fliegen und meiner, der mich getötet hat, steht einfach da und macht nichts mehr. Ja, wenn das nicht irgendwas, ja. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen, dann könnt ihr was in die Kommentare reinschreiben und bis zum nächsten Mal, vielen Dank, bye bye.